hallo ihr lieben ihr seht ich habe wieder ein paar flecke im gesicht ich habe wie gesagt zwei drei wochen meine mixer creme ausgesetzt und habe von lino die gesichtscreme probiert gesagt es juckt hier wieder die flecke sind da und zwölf euro creme nichts gegen lino um gottes willen habe ich vertragte nicht wie gesagt ich steige wieder um auf mixer videos habt ihr ja gesehen und ja dann ist in drei vier tagen die haut auch schon wieder fit naja 6 oder 12 euro also teuer ist nicht immer gleich billig oder auch gut will ich ist nicht immer schlecht aber wie gesagt gehört von mir ich hoffe ich mache das jetzt richtig so sieht das noch mal ein bisschen besser wie gesagt ich hatte kann man alleine flecke sind nicht so toll naja macht man nichts mehr